Iron Man, wir warten auf die zwei Künferstoffer Lokalfavoriten, Matadori, den Martin und den Christopher Schielander. Wir begrüßen die Eltern Anna und den Lorenz Schielander, die hier oben sind, schon gespannt auf das Eintreffen ihrer beiden Buben warten. Also wir freuen uns auf das Sehen unserer zwei Künferstoffer Favoriten heute, Martin und Christopher Schielander. Schaurich, grüß die Teilnehmer des Iron Man, 2023 Hotspot heute hier in Schaurich. Es ist kurz vor 1 Uhr und es ist voll im Laufen dieser 24. Iron Man. Schaurich ist so ein Fan und warten auf die zwei Künferstoffer. Hier sind sehr viele Fans schon oben am Schauricher Pass. Alles, alles Gute für den Fahrer hier oben am Schauricher Hügel. Wir wünschen dir alles Gute beim Laufen.